Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Ich dachte, ich mache mal wieder einen kleinen weihnachtlichen Vlog. Ich finde, das fehlt auf diesem Kanal um diese Jahreszeit. Ich habe noch einige Vlogs aus dem Frühjahr und aus dem Herbst, aber... Jetzt kommen erst mal Weihnachtsvlogs, Leute. Die anderen Vlogs kann ich auch im Januar noch posten. Da passiert nämlich wahrscheinlich nichts hier in diesem Haus. Heute ist der 5. Dezember und ich dachte, ich gebe euch erstmal eine kleine Weihnachtstour. Heute Nachmittag wollen wir nämlich den Tannenbaum holen. Ja, und ich wollte euch auch den Adventskalender zeigen, den es auf mir gebastelt hat. So schön. Okay, es geht los. Ich bin vor einer Woche erst aus der Schule zurückgekommen. Und davor hatte ich 4 Wochen Schule. Und wenn ich Schule habe, dann schmeiße ich einfach immer meine ganzen Sachen raus. Pack mir ein paar neue Sachen ein am Sonntag und fahre dann wieder los. Ich habe nämlich Schule... Also ich mache ja gerade eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Und da habe ich gelegentlich Berufsschule zwischendurch. Und dann wohne ich halt nicht hier, weil die ist 2,5 Stunden weiter weg. Ja, deshalb wohne ich in der Zeit halt in einem Internat. Mit meinen ganzen Klassenkameradinnen. Eigentlich voll Fun, Leute. Finde ich echt gut, weil ich mag die Mädels. Jedenfalls liegen immer noch Schulsachen rum. Ich muss sowas von aufräumen. Das ist jetzt mein erster freier Tag, wo ich hier bin. Nach der Schule war ich nämlich gleich einen Freund besuchen. Ja, und dann hat halt gleich die Arbeit angefangen. Ich habe mir übrigens letztens, also okay, vor zwei Monaten, den Ellbogen angebrochen, indem ich mit meinem E-Roller gestürzt bin. Ich wollte mir mein Stürmer aufsetzen und es war um meinen Hals. Und ich wollte es halt hochziehen. Und ich bin halt gerade, Leute, während der Fahrt natürlich, total dumm, macht sowas nicht. Habe es halt hochgezogen bis über die Augen. Und dachte, oh shit, hier kommt eine kleine Einfahrt. Da muss ich aufpassen, beziehungsweise bremsen. Habe halt voll Karacho gebremst und bin einfach auf den Boden geklatscht, Leute. Ja, mit dem Kopf zuerst so. Zum Glück hatte ich keine, also nicht so doll Schramm im Gesicht, aber echt einen blauen Fleck auf der Wange. Was ich euch aber zeigen wollte, ich stehe nämlich gerade auf der Treppe. Ja, wir haben so ein zweistöckiges Haus, Wohnung besser gesagt. Und da machen wir mal hier so halt eine Lichterkette ans Geländer. Und ich selbst mag auch so Dekosachen. Und ja, deshalb haben wir hier so einen kleinen Weihnachtsmann. Die Vasen kennt ihr vielleicht. Solche kleinen Häuser haben wir hier zum, äh, mit Kerzen reinstellen. Dann haben wir hier, ja, missachtet, die Kartons. Da war ein Weihnachtsdeko drin. Keine Ahnung, die müssen wir wieder in den Keller räumen. Dann haben wir hier so ein paar Sternchen und eine kleine... Was ist das? Was ist das, Severin? Hm? Was ist das? Ja, Severin hat gerade irgendwie ein kaputtes Handgelenk und kann nicht so gut greifen und so Sachen. Das ist aber kein Grund, hier sein Verbandsmaterial rumliegen zu lassen. Jedenfalls ist da ein kleiner Zug. Und hier drüben sind auch so kleine Sachen. Äh, da steht selbst Just Legends Adventskalender. Dann haben wir hier oben, Leute, hier steht immer so viel Zeug rum. Äh, hier so eine kleine Lampe. Und das Schönste ist eigentlich unser Tisch. Da haben wir den Adventskranz drauf. Wir haben eigentlich nur, also wir haben uns letztes Jahr diesen hier aus Holz gekauft. Vom Thom, glaube ich, Baumarkt. Ich mag diese Kerzen, die so komplett durchgefärbt sind. Die haben wir, glaube ich, bei DM oder Rossmann gekauft. Ich glaube, Rossmann. Ja, und dann haben wir hier solche Betonuntersetzer. Ich glaube, die hatten wir auch mal bei DM geholt. Ja, und wo es Heft diesen Aufleger hierher hat, weiß ich gar nicht. Wer ist denn das? Das heißt nicht Aufleger. Das heißt Läufer, genau. Und eine rosa Tischdecke. Voll schön, oder? Und dann haben wir hier so, so einen Strauch mit so, naja, Strohsternen und Sachen dran. Und hier haben wir meinen Adventskalender. Den hat Zef selbst gebastelt. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Artikel der Ganzen, das ist ein Zug quasi. Ich habe da noch so eine Lichterkette reingesetzt, weil ich das irgendwie schön fand. Voll geil, oder? Hier, das ist ein Zug. Und da ist sogar ein kleines Männchen drin. Hat die ganzen Wegen selbst gebastelt. Da hier diese kleinen Holzscheibchen dran geklebt. Sich 24 kleine Geschenke überlegt. Ist das nicht toll? Oh mein Gott. Und ich muss noch den von heute öffnen. Nummer 5. Ich habe extra auf euch gewartet, Freunde. Oh, Datteln. Wow. Mit Jeweldatteln. Sind die besten auf jeden Fall. Ich mache Datteln gerne in meinen Porridge zum Beispiel zum Süßen. Und einfach als Kohlenhydratbasis. Und die sind so super soft, geil. Ach ja, und ich habe Zef gerade die Haare gefärbt mal wieder. Ein bisschen roter. Deshalb ist meine Hand jetzt rot. Das war es schon, ne? Mhm. Als kleiner Snack, wenn man Kohlenhydrate braucht, ist das auf jeden Fall angebracht. Ich habe auch immer eine Box mit Süßigkeiten mit. Und da habe ich auch oft Datteln drin oder getrocknete Aprikosen. Aber auch Gummibärchen, Schokolade. Dextro Energy. Ich habe die immer mit, Leute. Also wenn mein Blutzucker fällt und ich habe nichts dabei. Schwierig. Wollen wir nicht. Ich habe auch so viele kleine Pröbchen hier. Solche Parfum-Pröbchen. In diesem Kalender. Echt krass. Ich weiß nicht, woher die alle her hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sprühe das mal in die Tüte hier. Ein bisschen erwachsener, als ich es mir wahrscheinlich tragen würde. Im Moment mein Parfum ist CK1. Das ist diese neue Variante. Kann ich euch mal hier unten hinschreiben, wie die heißt. Finde ich super angenehm. Überhaupt nicht stressig. Ganz mild und dezent. Also ich trage wirklich nicht viel Parfum. Vor allen Dingen, welches das den ganzen Tag dran ist. Und was ich halt den ganzen Tag auch rieche. Da bin ich übelst überfordert mit. Deshalb habe ich das auch jetzt hier gerade in die Tüte gesprüht. Finde ich an mich dran. Okay. Außerdem habe ich selbst eigentlich gebeten. Ich habe gesagt, wenn du mir einen Adventskalender machen willst. Oder was weiß ich. Irgendwas zum Advents geben möchtest. wäre ich super happy über so kleine Sätze, wo du aufschreibst, was du an mir liebst. Oder was du mit mir gerne machst. Oder ähnliche Sachen. Da habe ich wieder mal einen kleinen Zettel bekommen. Da ist nämlich nicht in jeder Tür ein kleiner Zettel drin. Und zwar heißt der heute Falls ihr das nicht verstanden habt. Man muss nicht immer stark sein. Erinnere dich daran. Die Leute, die dich lieben, werden immer für dich da sein. Ja, so süß. Ich teile immer auf Instagram, was in meinen Türchen ist. Also folgt mir auf Instagram, um rauszufinden, was in jedem kleinen Türchen drin ist. Das teile ich dort nämlich. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Deshalb muss ich mir jetzt mal ein kleines Frühstück machen. Vielleicht mache ich mir auch einen grünen Tee. Gelegentlich trinke ich auch Kaffee. Aber immer nur so schluckweise. Also wirklich ein Schluck Kaffee reicht für mich. Ansonsten habe ich jetzt ein Produkt entdeckt, um morgens schön wach zu werden. Ohne Herzrasen zu bekommen. Und Schweißausbrüche. Auch nicht okay. Und Leute anzuschreien. Und ähnliche Aggressivitäten von sich zu geben. Das passiert nämlich manchmal, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Und abends nicht mehr einschlafen zu können. Auch ein großer Fehler von Kaffee. Auch wenn er mir den nötigen Push gibt, in den Tag zu kommen. Und mir wirklich Energie gibt, wenn ich zum Beispiel mal die Wohnung aufräumen möchte. Äh ja, ich habe nämlich festgestellt, dass Kaffee da wirklich eine sehr gute Zutat ist. Bevor man das machen möchte. Ja. Aber ich habe jetzt was anderes. Und zwar ein Produkt von Evo Sports Fuel. Ich vertrage auch einfach Kaffee nicht so wirklich. Es schlägt mir übelst auf den Magen so. Das ist jetzt quasi eine Koffeintablette, die ich nehme. Und zwar diese hier. Focus. Die heißt auch noch so wie das, was meine Kamera nicht kann. Focus von Evo. Evo ist die Marke von BroZap. Und Leni. Sorry, ich weiß nur, wie die auf Instagram heißen und auf YouTube. Ich nehme immer eine halbe Tablette. Weil immer habe ich eine ganze genommen. Ich habe echt krass Schweißausbrüche bekommen. Und habe geredet wie ein Wasserfall, Alter. Ja, also ich komme damit super gut klar. Ich hatte jetzt, wie gesagt, auch vier Wochen Schule. Und dann muss ich um sechs aufstehen und bin immer todmüde. Und kann mich manchmal schon gar nicht konzentrieren. So müde bin ich. Und da hilft das auf jeden Fall sehr gut. Ich mache mir jetzt ein Frühstück. Und zwar Rührei. Ich esse in letzter Zeit sehr gerne Rührei. Zum Frühstück. Das sättigt auch sehr schön, meiner Meinung nach. Aber ich brauche schon vier Eier, Leute. Und dann mache ich da mal ein bisschen Milch und Sojasauce dran. Wir waren ja im September in Japan. Und da gab es immer Rührei. So, naja, so ein spezielles japanisches Rührei. Und das ist so leicht süß. Und das fand ich irgendwie geil. Ich habe mich daran gewöhnt. Und deshalb mache ich jetzt einen kleinen Löffel Honig an mein Rührei. Halt Sojasauce und ein bisschen Milch für die Fluffigkeit, sage ich mal. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Rührei. Sieht das nicht toll aus? Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Vlogmas gucken, während ich das hier esse. Und dann bin ich bis mittags gesättigt. Okay, es ist ungefähr 20 Minuten später. Und Sepp kam gerade vorbei und meinte, wir müssen jetzt dieses Paket hier aufmachen. Ich wollte ihm nämlich eigentlich letztes Jahr schon zu Weihnachten diesen Föhn schenken. Aber der war immer ausverkauft. Ja, das war echt krass. Und der war auch sehr teuer, sage ich mal. Ich glaube, letztes Jahr hast du dann einen Rucksack bekommen. Echt? Dass du den erst ein Jahr hast? So einen Fjellreben, so einen schwarzen. Ja, wir haben uns den Dyson Supersonic. He interesting. He black. Ja, gleich geht's los, Leute. Ja. Wir haben ja schon einen Dyson Airwrap allerdings. Aber der hat auch Aufsätze, oder was? Der hat viele Aufsätze und jetzt sogar irgendwie noch einen dazu. Einen speziellen. Aha. Jetzt haben wir zwei Dyson Föhner. Aber ja, das ist der. Kann man das so nach außen. Ich weiß auch nicht. Andersrum, so rum. Andersrum, ne? Ich weiß nicht, warum das gerade so eine Säge war. So eine Kreissäge. Ja, ja. Ja, werden wir gleich ausprobieren, ne? Das ist doch echt schick. Probieren wir den doch bitte gleich mal aus. Ja, ich muss das mit den Haaren abwaschen. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Das war unser Pre-Christmas-Present. Man kriegt ja auch sonst nicht genug, ne? Wenn man nasse Haare hat, dann muss man das auch ausnutzen. Richtig. Ach so, da habe ich hier den Seth-Merch an und sage darüber kein Wort. Hihi. Ja, Seth hat einen neuen Merch. Und zwar hier so einen kleinen Totenkopf mit roten Haaren und einen kleinen weißen Geist mit roten Haaren, ne? Haben wir jetzt gerade nicht hier. Könnt ihr kaufen unter seff-shop.de, richtig? Gibt Beanies, gibt Hoodies, gibt T-Shirts, ne? Mhm. Und sehr cute. Wie wir. Ich mache nachher noch den Abwasch, beziehungsweise mache die Spülmaschine wieder voll. Aber es ist jetzt schon 15 Uhr. Das heißt, wir müssen unbedingt so schnell wie möglich los unseren Baum holen. Na, Servi? Hast du etwa dein Merch an? Mhm. Aber ich sage jetzt nicht, dass man den auf seff-shop.de kaufen kann. Da würde ich ja Werbung machen. Und welche Größe trägst du? L. Okay. Ja, ich bin halt schon. Und Seth ist so 1,71 oder wie groß bist du? Ja, so 1,72. Vielleicht so 78 Kilo, 80 Kilo, keine Ahnung. Ich trage auch L. Das ist ja eigentlich Seth. Auf 1,60. Wenn man es gemütlich mag, kann man sich auch als Mädchen gerne eine L holen. Ansonsten vielleicht eine M hätte ich sonst genommen. Aber der passt mir auf jeden Fall und sieht jetzt nicht über, übergroß aus. So, you know what I mean. Leute, so viele Tannenbäume. Wow. Hihi. So, es ist einige Zeit später. Es ist 16 Uhr oder so ähnlich. Und wir sind gerade bei so einem Stand vor einem Kaufland. Und da kann man Weihnachtsmäume kaufen in verschiedenen Größen. Und wir suchen uns einen aus. Leute, ich habe so lange nicht gevloggt. Es macht Spaß. Na, Tevi, siehst du schon einen? Du siehst toll aus. Der ist hier zu klein? Der ist mit mir zu hoch. Und wie ist es mit dem hier vorne? Holy shit. Der ist burschig. Der ist dicht, ja. Der ist zu klein, ne? Der ist nicht ganz zu viel Platz hat. Wir haben uns schon die alle angeguckt hier. Die alle. Der ist wunderschön, ja. Ich will ja auch. Nicht, was ist so nett. Hihi. So, ab geht's mit dem liebsten Baumarkt. Ja. Ich war früher mit meinem Vater im Baumarkt. Jetzt bin ich für meinen Freund im Baumarkt. Und wir bleiben bei rosa Fell stehen. Ja, ich überlege noch mal ein neues zu holen für die Bank. Für die Bank? Warum? Ich mag das. Boah. Weihnachtsbeleuchtung. Das wäre ein Weihnachtsflop ohne einen Thom-Besuch, nicht wahr? Wow. Den ich haben. So, Friends. Wir waren jetzt draußen hier bei Thom und haben einen kleinen Tannenbaum mitgenommen. Sef möchte gerne noch unten den Flur etwas begrünt haben. Es ist ja weggelaufen, der arme Junge. Aber da ist sogar unten so ein Blumentopf, also so ein Erdtopf dran. Jetzt müssen wir nur noch uns einen Untersetzer dafür besorgen. Leute, wir waren gerade bei Kaufland. Wir haben ganz viel Salat. Wir haben alles möglich. Wir haben sogar alkoholische Getränke und Wasser und alles schon für Weihnachten, ne, Sef? Ja. Wir sorgen vor. Da muss ich nicht mehr so viel mit meinem kleinen Auto wegschleppen. Ja, wir haben uns jetzt nämlich einen Transporter geliehen. Weil wir jetzt den Transporter haben. Jo, wir bringen jetzt das Zeug nach Hause, ne? Ja. Wir gehen vielleicht zum Sport. So, Leute, wir sind jetzt im Gym. Aber wirklich nur kurz. Wir müssen nämlich nach Hause. Es ist nämlich schon 18.20 Uhr. So, Leute, es folgt ein kleines Trainings-Voice-Over. Eigentlich teile ich gerade mein Training ein in Unterkörper und Oberkörper. Aber hier wollte ich mal ein paar Übungen aus Oberkörper und Unterkörper machen. Ja, ich bin da halt nicht so strickt. Deshalb mache ich hier ein paar Übungen für die Schultern. Und zwar Schulterpresse mit Handeln. Dann habe ich für den Unterkörper eigentlich nur Hip Thrusts gemacht. Für den Oberkörper habe ich dann wieder Lazien gemacht an einer Zugmaschine. Ich mache die gerade unilateral. Das heißt, ich trainiere nur eine Seite pro Satz. Ich bin ja immer noch ein bisschen gehandicapt auf der linken Seite. Deshalb nehme ich links weniger Gewicht. Ich habe dann auch bei der Schulterpresse mehr Gewicht rechts genommen und links ein bisschen weniger. Und auch bei den Shoulder Raises habe ich mehr Gewicht rechts genommen als links. So, Silvi ist auch am Start. Yeah, get the breast going, brah! So, dann habe ich hier noch ein paar Übungen für die hintere Schulter. Auch mit einer Zugmaschine. Ich mache meine Übungen gerne im Zirkel. Das heißt also, ich gehe von Übung zu Übung. So kann also die Partie, die gerade nicht trainiert wird, entspannen. So kann man viele Übungen hintereinander wegmachen und schafft einfach in weniger Zeit mehr Sätze von allem im Grunde genommen. Also wir sind zurück vom Sport, wie ihr seht. Wieder zu Hause. Aber duschen müssen wir noch. Abendrot gegessen haben wir schon. Wir hatten einen Hering. Hering mit Kartoffeln. Hering und Salat. Voll simpel. Aber so Hering und Kartoffeln nach dem Sport. Bestes. Bestes Food. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Also ich meine morgen bei mir, bei euch. Keine Ahnung, wann dieser Vlog rauskommt. Beziehungsweise wann der nächste rauskommt. Aber abonniert einfach meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.